Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsbörger der Welt und auch herzlich Willkommen zu täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen. Diesmal geht es wieder um unsere beste Freundin Aline Bachmann. Und das Thema Aline Bachmann dreht jetzt völlig durch und das ist jetzt der erste Teil, denn es ist so viel von ihr gepostet worden. Ganze Romane hat sie gepostet, dass man, glaube ich, einige Zeit braucht, um das hier aufzuarbeiten. Es wird auf jeden Fall, denke ich, einen zweiten Teil noch geben, den ich jetzt für euch noch abdrehe. Wenn ihr noch einen dritten, vierten Teil haben wollt, sagt mir Bescheid. Also ich glaube, das kann man wirklich ins Unermessliche ziehen, weil es wirklich so viel Material ist, man so viel zu sagen kann. Und wenn ihr das haben wollt, zeigt das in Form eines Likes, lasst gerne ein kostenloses Abo da, wäre sehr cool. Schreibt das gerne auch unten rein, dann sehe ich das, dass ihr da auch so ein bisschen Bock drauf habt. Und ja, vielleicht schaffen wir wieder Richtung 1000 Likes, das wäre wirklich toll. Bei Yvonne haben wir das geschafft, der Wahnsinn. 500 waren das Ziel und das ist wirklich cool, weil so noch mehr Leute die Videos sehen und das auch enorm cool ist, als Creator zu sehen, wie viele hier aktiv sind. Ansonsten geht es jetzt schon mit dem ersten Teil los und wir fangen mal an mit diesem Posting. Hört mir zu, sie werden mich töten. Ja, es klingt auf jeden Fall schon wie ein Hitchcock-Film oder ein Titel eines sehr krassen Thrillers, aber sie leitet quasi damit ihre Story ein, sie bewirbt das Ganze noch und die Einleitung hat es auch durchaus in sich. Ja, und das ist ein ganzer Roman, ihr seht es hier, es ist wirklich unfassbar und wir gehen auf alles ein. Ja, ich mache das hier ganz ausführlich. Nun ist es an der Zeit, meine Sichtweise der ganzen Geschehnisse zu teilen. Ich möchte auch zu einzelnen Dingen meine Sichtweise schildern. Hat sie ja auch sonst noch nicht getan, oder gut. Das ist mein gutes Recht. Viele Menschen verwechseln Hate und gefährliche Straftaten mit Kritik. Es heißt immer, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und damit müsste ich leben. Viele Menschen urteilen und bilden sich ihre Meinung von irgendwelchen gefägten Suchverläufen, Beweise oder Sprachnachrichten, die aus einer ganz anderen Kontext stammen. Doch viele Menschen werden zu Dichtern oder besser gesagt Erfindern, um damit in den Mittelpunkt zu gelangen oder mir oder besser gesagt meiner Person zu schaden. Natürlich verdienen auch einige YouTuber richtig Geld damit. Ich fühle mich hier mal angesprochen. Schlagzeilen und tolle erfundene Überschriften bringen Klicks und Geld. Dafür gehen viele über Leichen. Ich habe mich öffentlich dazu positioniert, gerne an diesem Video teilzuhaben, ein Statement abzugeben, aber das wollen sie doch nicht. Sie möchten nur ihre Sichtweise oder Dinge erzählen. Das stimmt auch schon mal überhaupt nicht. Da werde ich auch gleich zu eingehen. Ich habe eigentlich wirklich ein dickes Fell und das verdanke ich meiner geprägten Kindheit. Von klein auf bekam ich zu spüren, was Ausgrenzung bedeutet. Allein im Kindergarten gespielt und mit Essen versucht, den Frust zu stehen. Ja, ich lebte in meiner kleinen Fantasiewelt, weil genau darin alle Beleidigungen und körperlichen Übergriffe in meiner Kindheit nahtlos an mir abbreiten. Ja, also das klingt schon fast wie der zweite Part ihres Buches. Sie hat ja mal ein Buch geschrieben für die Leute, die nicht Bescheid wissen. Und da stimmen schon wieder so einige Sachen nicht. Also abgesehen davon, dass sie immer wieder sich in der Opferrolle sieht und auch immer wieder mit irgendwelchen Geschichten kommt, die vielleicht Leute, die so ein bisschen einfacher gestrickt sind, vielleicht bin ich ein bisschen salzig, vielleicht aufnehmen könnten und sagen könnten, oh, die ist ja genauso wie ich, ich hatte das auch im Kindergarten schwer. Ich fühle die, die ist irgendwie sympathisch. Och, das alle sie immer so gemacht. Die macht doch nur ein paar TikTok-Videos. Was sind da dann so schlimm? Die hat da mal ein paar Sachen, ne? Jeder macht doch Fehler. Und klar, jeder macht Fehler, aber dann sollte man sich auch mal verbessern. Und das macht sie ja nicht. Von da sind wir auch vollkommen im Recht, das auch weiter zu kritisieren. Und ich habe sie immer eingeladen, und das steht auch nach wie vor, lieber Aline, dass du in den Live-Talk kommst. Du warst ja sogar in den Live-Talks im Chat ab und zu dort und hast gesagt, ich komme bald mal vorbei und dann machen wir. Und dort hättest du ganz sachliche Fragen bekommen. Du hättest deine Stellung beziehen können und deine Meinung sagen dürfen. Und meine Community ist auch ziemlich geschillt drauf. Wir hätten das einfach als Unterhaltung gesehen und hätten dir ein paar Fragen gestellt. Und die Community auch. Mehr wäre doch nicht gewesen. Und dazu kam es nie. Und das finde ich sehr schade. Gehen wir aber auch mit dem zweiten Part dann weiter. Und ihr merkt, das hat es wirklich in sich. Und das ist gerade mal wirklich der Beginn dieser ganzen Postings. Und jetzt läuft das Video schon 5, 6 Minuten. Wir gehen hier aber weiter, wie alles anfing. Ich habe immer alles öffentlich auf meinen Social-Media-Kanälen geteilt. Freude, Trauer, aber auch Hass. Ich wurde oft an den Pranger gestellt oder Menschen haben versucht, mich als Lügnerin darzustellen. Es hieß immer, sie macht das nur. Um in die Öffentlichkeit zu kommen. Wie dumm ist das bitte? Ich bin schon seit, seit, muss man in dem Fall übrigens mit T schreiben, bei Zeitangaben, aber gut. Seit 2013 in der Öffentlichkeit, warum sollte ich zwanghaft versuchen, mit frei erfundenen Geschichten in die Öffentlichkeit zu kommen? Ja, dass da jetzt nicht so viel erfunden ist, das wissen wir dann auch alle. Aber gut, was habe ich davon? Ich habe immer alles geteilt, weil es ein Bedürfnis war. Wenn du das in der Öffentlichkeit teilst, dann darf man ja auch drüber sprechen. Also das hat sich auch nicht so ganz verstanden. Damit abzuschließen oder auch ein Vorbild für andere zu sein, ist doch meine Entscheidung. Das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass ich Menschheit krank ist, war bei meiner Auseinandersetzung mit meinem Ex-Freund, der mich auf schlimmste Art und Weise zusammengeschlagen hat. Und das ist natürlich furchtbar, wie gesagt. Wie abartig ist es, dass es Menschen gibt, die mich in so einer Situation als Lügnerin dargestellt haben. Wie gesagt, wenn man halt, wer einmal lügt, dann glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht oder irgendwie so, war doch der Bespruch. Also abgesehen davon, dass, glaube ich, in dem Punkt jetzt niemand gesagt hat, dass das jetzt hundertprozentig alles gelogen ist, weil, wie gesagt, würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen. Und warum ich das jetzt hier aussage, werdet ihr auch gleich sehen, weil ich werde ja dann auch irgendwann genannt. Aber gehen wir hier weiter. Oder wie pervers ist es bitte, wie all die Frauen ihm geschrieben haben, wir glauben dir, du hast Aline nicht geschlagen. Oder die Frauen, die draufstehen, in Klammern sexuell, oder ihn retten wollten. Es ist der arme Ex-Freund von Aline, wird wohl in die Öffentlichkeit gezogen. Es war mein gutes Recht, ihn öffentlich bloß zu stellen, das, was er mit mir getan hatte. Und jeder Einzelne, der behauptet, hat, das ist eine Lüge, das war, was, das, was mir widerfahren ist, sollte selber am eigenen Leib verspüren, was es heißt, von einem Monster so zusammengeschlagen zu werden. Also sie wünscht quasi Leuten, die so ein bisschen skeptisch sind, genau das gleiche Schicksal. Dann scheint sie auch nicht so viel Empathie zu besitzen. Hust, aber nun gut. Es geht weiter. Ich war frisch operiert, drei Wochen nach meiner Straffungs-OP. Wie ein Streit eskalierte und viele Behauptungen behaupten auch, ich hätte ihn auch geschlagen. Wie kann ich denn bitte die Hand erheben, wenn ich so aussah. Dieses Bild entstand vier Tage zuvor. Als ich ein Bild gepostet habe, möchte ich euch jetzt ersparen, dass ich komplett bandagiert war. Und ja, klingt jetzt nicht sonderlich glaubwürdig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich war nicht dabei. Und so wie sie das da immer sich dahin dreht, dass immer alle anderen schuld sind. Und wie gesagt, also ich habe in keinem Video jemals gesagt, dass sie eine Lügnerin ist. Ich habe immer nur Dinge in Frage gestellt. War das so? War das nicht so? Ich habe sogar dieses Thema, ich kann mich nicht erinnern, jemals großartig thematisiert, weil ich habe erst angefangen, über sie zu berichten, nachdem das passiert ist. Das waren immer so Randnotizen. Sie bringt jetzt quasi so eine furchtbare Situation und wenn das ihr passiert ist, tut mir das unfassbar leid. In diese ganzen Geschichten mit rein, die aber eigentlich gar nichts mit den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahren zu tun haben. Das sind ja alles Dinge, die dann doch weit vorher passiert sind. Und ich berichte jetzt seit einem Jahr und drei Monaten regelmäßig über sie. Also das ist ja alles davor gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in einem Video sowas mal gesagt habe, dass ich ihr jetzt nicht glaube oder sie eine Lügnerin ist. Ich habe das natürlich in Frage gestellt, aber das ist ja ganz normal, wenn man eine Berichterstattung macht. Und ich habe dieses Thema eigentlich auch immer bewusst ausgelassen. Also ich habe jetzt nie darüber großartig gesprochen in meinen Videos. und das behauptet sie jetzt allerdings im nächsten Post. Und ihr könnt mich gerne unten verbessern, wenn ihr jetzt in den Videos und was findet, wo ich jetzt wirklich ellenlang darüber gesprochen habe, aber ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern. Alleine die Sache mit Aidscher, die ja übrigens auch da wieder groß gemacht wurde in ihrer Story, dann in den nächsten Teilen, wenn ihr diesen sehen wollt, wie gesagt, zeigt es mir dann bei den Bewertungen und Abos, ob ihr das haben wollt. Wie gesagt, da mache ich gerne dann noch weitere Teile drüber. Aber ich kann euch nur sagen, das ist ja auch schon im November gewesen mit Aidscher. Das ist ja fast ein Jahr her. Also und die Sachen, die sie jetzt da aufzählt, das sind ja Sachen, die sind ja nochmal, glaube ich, ein Jahr vorher passiert. Also na gut. Hier geht es dann weiter. Was gibt es einem Mann das Recht zurückzuschlagen, wenn es so wäre? Also sie schreibt, egal was da passiert ist, ich finde Gewalt generell schrecklich. Also da postet sie ja auch hier die Bilder. Und dann geht es hier weiter. Dann wird auch mein Name genannt und der von Persia X. Es gab einzelne Personen wie Da Vinci, Persia X und viele mehr, die öffentlich mich als Lügnerin dargestellt hatten. Also zu welchem Punkt? Also du beziehst dich ja gerade auf, also vielleicht hat sie auch den Punkt gar nicht genannt. Vielleicht hat sie jetzt einfach weitergeschreiben wollen und das nächste aufmachen wollen. Aber zu dem Punkt kann ich mir nicht vorstellen, dass ich gesagt habe, sie hat da ganz klipp und klar gelogen. Ich glaube und meine, darüber auch nie großartig berichtet zu haben. Ich finde häusliche Gewalt ganz schrecklich und kann jedem Opfer, dem sowas passiert ist, eigentlich nur das Beste wünschen und hoffen, dass der Person das nie wieder passiert. auch wenn es eine Aline Bachmann passiert sein sollte, wünsche ich ihr das natürlich nicht, dass sowas nochmal vorkommt. Also klingt irgendwie nicht nach mir, dass ich jetzt irgendwie sowas gesagt habe. Sie hatten ihn in Schutz genommen, also glaube ich dann wirklich nicht, einen Frauenschläger. Also das ist auch schon fast eine Art von Rufmord, würde ich schon fast sagen, abgesehen davon, dass ihr keiner glaubt. Mir hat auch keiner geschrieben von ihren Anhängern. immerhin, der so hart zugeschlagen hat, dass die Polizei mich bewusstlos auf dem Boden vorgefunden hatte. Sie waren geschockt, als sie unter meiner Kleinen die Namen und Verbände gesehen haben. Ich kam sofort ins Krankenhaus und die Polizei war so nett und haben mit meiner Familie die Wohnung, mit meinen privaten Sachen leergeräumt. Im Beisein von diesem Tier öffentlich legte ich Beweise nieder, dass alles, wie ich es erzählt hatte, gestimmt hatte. Anzeigen, bei der Polizei sowie Befunde vom Krankenhaus natürlich auch Bilder, die für sich gesprochen haben. Also ich kann mich, wie gesagt, nicht daran erinnern, dass ich da schon über sie berichtet habe. Ich weiß, dass da Sachen passiert sind und sicherlich war das schon mal im Video irgendwie so Randnotiz, aber ich habe nie gesagt, dass ich da klipp und klar gelogen habe. Ich habe mich, glaube ich, immer sehr bewusst auch dagegen ausgesprochen, dass ich sowas schrecklich finde und sollte sowas passiert sein, ich das ganz tragisch finde. Man bei ihr aber auch immer nicht hundertprozentig weiß, wo man bei ist. Und das ist ja nun mal ihr Problem, wenn sie halt immer wieder lügt und um welche Sachen erzählt, dass man dann halt auch nicht alles immer glaubt. Das ist ja genau das Sprichwort, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Das trifft ja auf sie dann wirklich vielleicht in dem Fall auch mal zu. Und wie gesagt, wenn ihr sowas mal passiert sein sollte, ist das absolut schrecklich. Und das sind wir uns auch alle einig. Dennoch werden da Sachen behauptet, die so nicht stimmen. Das war mir jetzt nochmal wichtig, in diesem ersten Teil mit euch das Ganze durchzugehen. Wenn ihr noch einen zweiten Teil haben wollt, der wird, denke ich, dann die Tage auch noch kommen, vielleicht auch gleich am nächsten Tag. Mal gucken, ich muss immer so ein bisschen gucken, was ich hier für Videos aufnehme. Und das nehme ich jetzt nochmal für euch auf. Wenn ihr jetzt noch einen dritten, vierten Teil haben wollt, weil wie gesagt, das sind da 20 Postings in Ellen lang, wie ihr jetzt gesehen habt und das geht jetzt ja auch schon 14 Minuten, das Video, dann zeigt mir das gerne, wie gesagt, in den Kommentaren, mit den Likes und dann gibt es, denke ich, dann auch noch weitere Parts, weil es hat es wirklich in sich, was sie da alles gepostet hat. Das wird immer heftiger. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.